Und jetzt kannst du loslegen, wenn du willst. Liebe Zuhörer, wir stehen vor einer realen Gefahr. Die Gefahr ist, dass die europafreinlichen Verfahren nur im Parlament sind, eine Fraktion gründen und gemeinsam kooperativ gegen die EU bashen und quasi Prozesse blockieren und ein unfehlendes Kurs schaffen. Wir glauben, die EU ist eine gute Sache und die EU muss sich gegen solche Parteien schützen, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Deswegen brauchen wir einen Abwehrmechanismus gegen europafeindliche Parteien. Wie soll dieser Abwehrmechanismus aussehen? Wir glauben, sobald eine Partei in ihrem Parteiprogramm reinschreibt, dass sie irgendwie für den Austritt aus der EU oder den Austritt aus dem Euro sind oder auch für die Auflösung der EU generell, glauben wir, dass diese Partei nicht ins Europaparlament gehört. Die Änderung, und wir glauben, dass dieser Antrag deswegen funktioniert, weil erstens, wenn auch eine Partei trotzdem europafeindlich auftritt, obwohl es nicht im Parteiprogramm drinsteht, dann können wir das gerichtlich verfolgen, so wie wir es jetzt auch in Deutschland machen, weil der Verbot von verfassungszweichlichen Parteien und auch diese Parteien, die werden das auch nicht einfach ändern, weil das auch dann diesen Parteien schadet, weil sie damit Wähler verbrennen. Deswegen glauben wir, dass wir damit auch die richtigen Parteien bekommen. Unser Ziel ist es eben jetzt vor allem, die Handlungsfähigkeit der EU zu behalten und das Parlament zu schützen und das werde ich Ihnen an drei Punkten zeigen. Zuerst werde ich über die zwei Entscheidungsebenen treffen, sprechen. Zweitens werde ich darüber sprechen, warum diese Parteien die EU auf eine sabotierende Art und Weise manipulieren. Und drittens werde ich über den Diskurs sprechen, aber erst die zwei Entscheidungsebenen. Wir sehen, dass die EU eine föderale Institution ist. Also wir haben eben auf der einen Seite die Nationalebene und die Europaebene. Auf der nationalen Ebene wird entschieden, ob ein Land zur EU dazugehören will oder nicht. Ein Parlament sagt, ich möchte dazugehören, ein Parlament kann auch entscheiden, ob er aus der EU austritt. Also dieses Land kann für sich beschließen, auszutreten, zum Beispiel Großbritannien, wenn die sagen, sie wollen austreten, dann dürfen sie austreten. Das ist die nationale Ebene, wo entschieden wird, will man zu dieser Gruppe gehören oder nicht. Dann gibt es aber auch noch die zweite Ebene und das ist die Europäische Ebene. Da geht es vor allem darum, wie ist die EU, was soll die EU machen. Und gerade dort wird entschieden, welche Gesetze werden auf EU-Ebene entschieden und welche Gesetze gibt man sich als Gruppe. Das heißt, dort wird quasi konstruktiv ausgefüllt, was die EU ist und wie die Leute damit umgehen. Also das heißt, dort brauchen wir Leute, die die EU auch unterstützen, weil eben nur so konstruktiv auf die EU handlungsfähig ist und die EU auch eine Einigung, also eine... Die so reichen 70%ig aus. Der zweite Punkt, der hier kommt, ist eben, dass nun, wenn wir solche Parteien auf dieser Ebene der EU haben, dann führt das eben dazu, dass die ein Interesse daran haben, eine selbst erfüllende Prophezeiung zu zeigen. Also das heißt, die sagen, die EU ist schlecht und sie werden auch dann dafür sorgen, dass die EU schlecht ist, weil sie eben in diesen Regeln sitzen. Die werden die das zum Beispiel machen. Sie werden versuchen, diesen politischen Betrieb zu blockieren. Also zum Beispiel Einigungen zu verhindern im Parlament. Sie werden zum Beispiel verhindern, Gesetze zu ändern mit allen ihren parlamentarischen Möglichkeiten. Also einfach dann nochmal eine Anfrage fordern oder nochmal eine Prüfung. Das kann man eben auch schon, wenn man nur 20% hat. Und wir glauben eben auch, dass das auch noch fehlt, um auf den Zwischenruf zu reagieren, dass das auch noch mehr werden kann. Also es könnte eben, also vielleicht sind es jetzt 30% bei der nächsten Wahl, das ist 50%, dann müssen wir uns richtig mit dem auseinandersetzen. Genau, da komme ich in meinem Punkt drauf, wenn es zum Diskurs geht. Aber was passiert noch? Nicht nur, dass sie eben versuchen, dort die politischen Prozesse zu blockieren, sie stellen auch bestimmte Funktionäre an. Also sie stellen beispielsweise den Vizepräsidenten des Europaparlamenten und der hat auch eine öffentliche Rolle. Und wenn der dann da aufsteht und sagt, die EU ist eine blöde Institution und selbst das repräsentiert, dann werden das die Leute auch glauben. Also wenn da ein Offizieller kommt und sagt, und nicht mal von seiner eigenen Institution überzeugt ist, dann hat das eine öffentliche Wirksamkeit, die eben unfair ist. Weil damit manipuliert man eben den Diskurs. Da ist es nämlich so, das ist so ein bisschen wie wenn man quasi den Anwalt als Richter darstellt im Prozess, wenn es eben nicht darum geht, eine Entscheidung zu treffen, sondern eben da die eigenen Interessen mitverfolgt werden. Und das funktioniert eben, die EU funktioniert eben nur, wenn wir das verhindern, also wenn wir Leute haben, die hinter der EU stehen und die das auch tun. Haben wir nun deine Frage? Die Extremen sind ja auch innerlich sehr zerschnittlich. Manche kommen von links, manche von rechts, manche sind marktradikal, andere sind sehr sozialistisch, nationalsozialistisch vielleicht. Wieso glaubst du, dass sie tatsächlich so gut zusammenarbeiten können? Also wir glauben, weil sie einfach eins, erstens, sie müssen vielleicht gar nicht zusammenarbeiten, weil sie auch schon einzeln die Sachen blockieren können, weil sie auch da anfragen können. Aber wir glauben auch, dass es trotzdem, diese Ablehnung der EU sie trotzdem einigen kann. Und wir sehen eben, dass diese Parteien auf der EU keinen Sinn machen und dort keine Legitimationen haben. Aber nun der dritte Punkt, der Diskurs. Wann ist der Diskurs gut? Also erstmal, wann ist Diskurs gut? Erstens, wenn der Diskurs fair ist. Also das heißt, wenn die Diskurspartner ehrlich zueinander sind und offen miteinander umgehen, und dann eben auch die Fakten relativ objektiv zu betrachten. Also dass man eben schaut, was ist wirklich schlecht, was ist nicht schlecht, was kann man besser machen. Dekonstruktiv ist eben, wenn man eben Fakten schafft. Also wenn die eine Partei es schafft, schlechte Fakten zu schaffen, die eigentlich gar nicht Probleme der EU sind, sondern durch die Partei verursacht sind und dadurch der EU Schaden nehmen. Dann ist der Diskurs nicht fair. Aber der Diskurs ist auch schlecht, wenn er an der falschen Stelle stattfindet. Denn wir glauben, der Diskurs über EU oder Nicht-EU soll nicht an der EU stattfinden, sondern soll in dem Land stattfinden. Dort, wo ist das dann passiert. Wir glauben nämlich, dass nicht auch die Entscheidung, der Diskurs auf Ebene der EU, der zum Beispiel UKIP, wenn die wollen, dass Großbritannien austritt, führt das auch dazu, dass Deutschland, dass in Deutschland vielleicht Wähler motiviert werden, die EU nicht so toll zu finden. Das heißt, den Schaden, den diese Parteien anrechnen, den trifft auch Länder, die die EU befürworten. Und das ist eben etwas, was wir glauben, was schlecht ist. Was eben dazu führt, wenn der Diskurs nicht an der richtigen Stelle steht. Also wir sehen eben, dass wir, ja, wir haben mündige Bürger und die können das eben entscheiden, auf der nationalen Ebene. Aber eben auf der, aber das Problem ist eben, dass wenn die EU schaden, wenn die EU schaden, wo die EU verstößt wird. Und da sehen wir, dass es wieder diese überproportionale, diese sabotierende Wirkung, die diese Parteien haben. Und da ist diese Debatte nicht, der Rest in dieser Diskurs auch nicht gerecht, weil er eben Leute betrifft, die eigentlich an diesem Diskurs gar nicht teilhaben wollen, weil die eben überzeugt sind von der EU und manipuliert werden durch diese Parteien. Ich habe also gezeigt, es gibt zwei Entscheidungsebene und wir sollten den Diskurs auf die Entscheidungsebene geben, wo er richtig ist, in die nationalen Parlamente, dort dürfen diese Parteien passieren. Aber auf der EU-Ebene, da wird die Politik gemacht, die EU-Politik. Und diese EU-Politik soll möglichst gut für die Bürger sein, die da die Schaden nimmt, gegen die Gefühlecht ist. Und diese EU-Politik